Hallo YouTube, hier ist 66Shadow mit einem kleines Video, mit einem Gamebug, zugeteilt wurde das Video von Darkcloud666, da wird gesehen, dass L86 kein Recaller hat, überhaupt kein Recall, er hat einen Aufsatz für Thermal, das sieht man auch schön, wie er schießt, überhaupt kein Recall, ein schöner netter Gamebug, hoffentlich wird es beim nächsten Patch existiert, das ist seine Präzision hat, jetzt wow, also danke fürs Schauen, das war 66Shadow.